Eigentlich kannst du ja mal nach dem Konzept gucken. Ah, das stimmt. So. Da sind wieder ein paar Cheeseburger fertig. Oh, jetzt hab ich keinen Platz für die anderen Cheeseburger. Ich brauche eine Kiste, Sergeant. Sergeant, ich brauche eine Kiste. Ja, du siehst hier. Wäre das nicht eigentlich logischer, wenn du da einen Schrank hinstellen würdest für die Cheeseburger? Ja, Moment, das kann man eigentlich auch machen. Warte mal, warte mal, ich hab doch von den Kleinen... Ah, ich hab da noch von den Kleinen, ich hab ich da vorbereitet. Ein Stück ausmachen und dann kannst du drauf zugereiten halt. Na, mach ich dir erstmal hier hin. Dann kannst du dir immer einen rausnehmen. So, da kommt die Ham... warte mal. Das Brot, das Fleisch, die Hamburger. Dann kommt mit Cheese, dann kommen die Cheeseburger und dann kommt hier die... Ne, dann muss ich die raus. Die können dann... Stimmt, dem, 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 dem... Oh, da passen 8 rein, okay. Ja, machen wir es mal, machen wir es mal ein paar Klicks. Nacht passen da rein? Ja. In die Kleinen? Ja. Okay. Da sind erstmal ein paar... Burger drinnen. Jetzt gucken wir, dass ich vielleicht noch die Deluxe Burger da oben reinkriege. So sagt der Kackevogel einfach. Ich glaub's ja nicht. Oh, davon kann ich nur 4 stacken, oder was? Jo. Von den fetten Burger kannst du nur 4 in den kleinen Dingern stacken. Okay. Da wäre es sinnvoll, in eine Kiste reinzupacken. Kiste rein, oben drauf, tricht dann so eine Art Kühlschrank machen, oder so. Mhm. Oder mit dem Dorpa, oder wenn du vorgehst, keine Ahnung. Oder eine Kiste eigentlich allgemein hast. Naja. Was ist denn hier jetzt vor die Ahnung? Stimmt ja. Mhm. Okay. Ja. Na gut, das sind ja halt diese 16er, da wo eh nicht viel reinpassen. Ja, ich hatte jetzt gerade keine andere, ich holte jetzt keine andere Kräfte. Aua, soll das nochmal? Was denn? Mich hauen. Ich hab nichts gemacht. Warte, was können wir denn noch zu essen, Mann? Na, Pommes brauchen wir auch noch. Ja. Ja. Aber wir können nur Salz. Schrauben haben wir ganz viele draußen. Ja, wir brauchen Salz. Ja. Salt. Ich hab ja die anderen Dinger noch, die man ins Wasser, die man zusammenkaufen kann und ins Wasser stellen kann. Für das Leder. Ja, man kann Salz herstellen mit dem Wassereimer, das ist eher nervig. Wenn man da keine Dinger so kriegt, aber egal. Ach so, ja, gut. Fehlt einer. Jetzt gehen wir mal gucken, dass ich Cobblestone oder Stein allgemein meine Umkräfte chisel. Steine suchen. Ja. So, schasch. Oh, Sand. 1, 2. Sand brauche ich auch. Es gibt ja auch noch diese Wassersorten. Wasser Salat. Wasser Salat. Wasser Salat? Warte. Wie? Wasser Salat. So, Melone. Hm? Er ist doch die Wasser Salat. Jetzt gibt's Wasser Salat. Es gibt's Wasser Salat, ja. Salat. Veggie Food. Schrum. 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 Egg. Food. Spring. Sorry. Hier ist kein Wassersalat. Ich weiß nicht, was du. Da gibt's jetzt das. Ja, wie heißt er denn? Hier, Waterspinat gibt's. Ja, Wasserspinat. Wassershell. That's not. Ja, Wasser, Früchte, aber kein Wassersalat. Water Litues. Wasser, Obst und Gemüse. Water Litues, du Vogel. Ja, aber da kannst du anscheinend nicht viel mitmachen. Kannst du vielleicht so essen, ne? Oder den Kompost anwerfen. Keine Ahnung. Kommt halt drauf an, was zu Hause kommt, ne? Wo haben wir denn? Na. Ich nutte dich denn, ich glaub das war der hier, ja. Und wenn du, doch, wenn du den Wassersalat in den Zemental tust, dann kriegst du daraus nochmal einen Salat. Siehst du, wenn du einen Rechtsklick aufmachst? Ja, wie heißt er denn? Water Litues, das ist genauso wie mit dem Wasserspinat auch. Ja, aber bei der Wasser Chestnut kriegst du keine Chestnut daraus, aber du kannst nix mehr machen. Eine Chestnut doch nicht. Litues. Ja, hab's ja verstanden. Wo war da denn? Togel? 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 Ich habe mir sogar waserspinat. Togel? Ja, aber ich kann mir auf worterspinat rechts klicken, da kommt nichts. Weiß Kannst du schon bei gar nichts mitmachen Oder das Rezept wurde einfach rausgenommen Glaub ich eher weniger Na keine Ahnung Meinen halt nur das es gibt Darf es ja Darf es ja Penis Das findest du wieder lustig ne Da zieh ich einen Flock rein Da noch Oh aber ein bisschen mehr Aukwut Oh ich bin wieder hungrig Hungry Ja bist du das Mende können sagt er ist hungry 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 Henry 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 5 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 6 6 6 7